Guten Tag, ich bin Wolfgang Rademacher und ich möchte Ihnen über das Buch des eBay-Experten Markus Renz berichten. Was müssen Sie tun, um auf Dauer als eBay-Verkäufer vermögend zu werden? Lassen Sie sich von einem der besten Power-Seller in die Geheimnisse des Online-Marktplatzes einweihen. Schlaraffenland für Verkäufer? Händlerparadies. Ramsch, Rausch per Mausklick. Solche Losungen explodieren förmlich im Kopf, sobald die Rede auf eBay kommt. Hier, so macht das Meinungsbild Glauben, werden noch Träume wahr. Die Träume von den gebratenen Eurotauben, die jedem Online-Verkäufer in den Mund pflegen. Aber hat der Meinungsbildner recht, als er den Pinsel einzig und alleine in die rosigsten Farben getunkt hat? Antworten auf diese und andere Fragen finden Sie in dem Praxisratgeber Goldmini-Ebay, der exklusiv auf der Erfolgspossage erhältlich ist. Schon nach den ersten Seiten zeigt sich, dass der Titel mit Bedacht gewählt worden ist. Besitzt funkelndes Edelerz enormen Wert? Ja. Fördert es sich von selbst? Nein. Ebenso steht es mit dem eBay-Erfolg. Ja, man kann als eBay-Händler Gewinn machen. Ein richtiges Vermögen sogar. Aber nein, das geht nicht von heute auf morgen. Und erst recht nicht ohne Fleiß und Fachwissen. Durchhaltewillen und Einsatzbereitschaft muss der Leser schon selbst entwickeln. Die andere Geschäftsgrundlage hingegen besteht aus Know-how, Insiderwissen und unbezahlbaren Goldwerten Praxisratschlägen. Diese liefert Markus Renz gleich kistenweise und frei Haus. Markus Renz ist ein beschlagener Versandhandelsfuchs und lässt alle, die ihm nacheifern wollen, an seinem kostbaren Erfahrungsschatz teilhaben. So ist der Obolus für diese Seite gut angelegt. Er spart sich doch jeder, der als eintrickswilliger Novize an die Tür der eBay-Händler-Gilde klopft, böse Bauchlandungen, die ihn ansonsten enorm viel Lehrgeld kosten würden. Nehmen Sie Geld dabei ruhig wörtlich. Warum sollte sich ein Neueinsteiger als Anwangsinvestition schon eine sündhaft teure Kundendatenbank zulegen, wenn er noch gar keine Kunden hat? Der alte Hase Markus Renz warnt eindrücklich vor solchen und anderen Anfängertorheien. Welches technische Rüstzeug man wirklich braucht und welches nicht? Welche Verkaufsarten die Kasse am häufigsten klingen lässt? Welche Fallstricke bei Power-Aktionen ausliegen? Welche Mittel den eigenen eBay-Shop zum Brummen bringen? Welche Kniffe sich bei der Warenpräsentation bewährt haben? Und welche nur unnützes Geld kosten? Wo man Produkte für den Weiterkauf noch zum Spottpreis abgreifen kann, Allein die Adressen dieser noch nicht abgegrasten, lukrativen Weideplätzen nehmen 50 dicht gedrängte Seilen ein. Wie man nach dem Sprung in die Selbstständigkeit nicht auf die Nase fällt und vieles, vieles mehr. Eines ist klar, mehr Power-Tipps vom Power-Seller dürften wohl anderswo kaum zwischen zwei Buchdeckeln stecken. Goldmine eBay ist für jeden, der mit dieser Internetplattform ordentlich und dauerhaft Gewinne machen will, so unentbehrlich wie die Grubenlampe für den Bergmann. Ein Wegweiser, der Licht ins Dunkel der eBay-Mine bringt und die wirklich ertragreiche Goldader sichtbar werden lässt. Weiteres kostenloses Informationsmaterial finden Sie auf der Erfolgs-Online. Ihr Wolfgang Rademacher Und denken Sie daran, niemals aufgeben!